Ich schwöre, ich bin so gut mit der Drung, ne? Eigentlich weiß ich schon, wie es funktioniert. Ich weiß. Noch einmal dorthin. In der Tat, mein Schwanz ist hart. Na, try harder. Das Team ist crash. Warte mal. Ich geh dorthin. Ja. Warte, ich geh dorthin. Ja, ja. Oh Gott. Ich hab' den Bruder jetzt schon wieder genommen, Alter. Dane, was hat den Bruder jetzt schon wieder genommen, Alter? Komm, mein Bruder. Ich hab' ne Blau-Tech und da liegt nicht einmal Munition. Man kennt's. Daniel's Bruder. Daniel's Bruder. Ich hab' deine Basis. Er ist David. Welches ist anstrengend für dich? Er ist anstrengend für dich. Wer ist dann das lebensanstrengend für dich, aber... Ja, ich weiß, dein Leben anstrengend für dich, aber ... ich freue dich ein lager nehmen die offensichtlich sie werden nur sagt er hat nun mit 20 kills geholt fake von 50 gegen 50 statt 22 statt 20 oder ich habe selber eine blaue tag mit acht schuss ich hatte gerne materialien jungs die stadt hier heißt ab jetzt die manu stadt ok doch bei manuel kick also manu er geht immer dort hin immer 3 da haben 3 3 3 3 in da gibt es einen das ist wichtig psychische Störungen und so weit ist er mit dem Haus und sei gleich zu tun heute haben sie nun zu tun noch nie Ries! Mach her, Junge! Was? Komm her! Willst du den? Ja. Du brauchst aber nicht. Das können wir gescannt. Mott? Ach so. Du brauchst hier keinen Slurper mehr. Hat jemand zu mir nie, ich kann nämlich stacken. Ich hab einen Slurper. Daniel, die drei Palmen hier gönn bitte mir. Daniel, zack, nein. Ich geb dir gleich japanisch. Kimya Moon ist ein fett. Warte, du musst. Genau wie du. Du sagst, dein Bruder gefühlt eine Stunde lang. Ähm, geh jetzt duschen. Über Handy oder über Playzie? Oh, jetzt muss ich auf eine... Jetzt muss ich auf eine... Scheiß Playstation. Keine Ahnung wo mein Handy ist. Scheiß drauf. Okay, ich bin gerade Paradise. Ich seh die Gegner. Ah, beinahe haben ihn gekillt. Boah, ich bin Sturz gewesen. Super. Ist sie hier einfach runtergeschossen. Der andere ist bei mir hin oben. Oh, den gönn ich mir nicht. Bäh. Ah, ist Nomen, ist Nomen. Okay, ich will meine Rache nehmen, ich will meine Rache nehmen. Wo ist er? Wo ist er? Äh, ist irgendwo im Haus drin. Äh, ist irgendwo im Haus drin. Ah, sein Mäd ist genug. Ich will, ich will, ich will Rache nehmen einen Roman. Ja, gönn dir. Da wo ist der, wo ist der jetzt? Wir sind alle nicht. Ah, da! Ja, da muss ich nicht guter Schlampe. Jungs, Polratner, ich schneide doch nicht runter. Ich bin runtergefallen. Motz! Blöb! Du hast mich genockt. Pass auf, Stufa Ratner, rück. Bis zum Glück! Motz! Motz, Gutz, Witz mit mich hier. Ich weiß schon, nein. Warne, wo ist er? Hä? Motz hast du die Kirie bekommen. Du hast doch einen genockt, gell? Nein, Jungs, der ist nicht tot. Ja, deine Ladin. Gut, Jungs. Ja, ich habe... den nicht gekült aber wir einfach runter geschlossen man kennt danke muss hat ihn der barm schuss für mich ich habe nur sehen in der tag und die technik wird sich ein schuss hast du danke motz danke dann hier brauchst du mich danke ich bin runtergefallen und hat quasi ich bin schon so niedergeschreckt dann die linie nehmen sie dabei und die warte bis zu mir ist ich habe den rasen aus so einer gern Hä, wer wurde angeschossen? Hä, das ist nett. Schock, schock. Schmick, schmuck, schmuck. Welcher Momo? Ach so. Nicht Maurice Momo, sondern Momo Momo. Ich weiß, wer Momo ist. Tut mir leid. Säßliche Mörderpubel. Ich brauche alles mal 5. Wer hat ein Snapper? Motz. Daniel, schau mich mal an. Ah, danke. Daniel, schau mich an. Daniel, schau mich an, Daniel. Wo ist dein Portal? Wilz, schau mich an. Noah verküßt. Ihr wisst, es gibt noch ein Portal. Ja, okay, wer hätte sie zu Fuß gedichtigt, fliegt mir im Portal. Ja, ich komm auch. Wo ist es? Ah, da ist ein Portal. Willen springen wir rein? Ja, die holen wir nicht mal. Mensch, ich bin einfach im Busch, man kennt. So, ich Camper. Okay, mach. Los. Also, mit Busch in der Luftdienstestadt sind wir lustig aus. Wir kommen so übelst weit. Weißt du, warum man noch drückt? Da hast du immer zu. Genau. Schau mir an, bitte. Ich bin ziemlich bekannt. Alles klar. Oh! Los, go! Hält schon. 400 Meter. Rip, Vincent. Nein, warte, Vince, komm. Der steht eh schon rum. Ah, ja, Bonn sogar. Ich wollte hier da in Bonn wegen... Ja, da. Wo ist er noch? Wo ist er noch? Hat einen Hit, hat einen Hit. 24er Blue Life. Ja, gut, Mods. Ich habe noch zwei Hitze gegeben. Ja, gut. Busche. Das sind noch welche. Ja! Alles gut. Moin. Auf zwei. Hast du mich dabei immer zu? Tschö. Hier. Oh, boke. Okay, um! Ja, Mut. Mati, du, hast du Bdu? Ich dachte Gott. Da, der ist los von meinem. Das ist deiner Wind. hat er sein geboren alles ist weg warte kommt zu mir kommt zu mir ich habe lange feuer ich kann mir das verbinden und ich habe ja ich kann dir was geben kommen wenn es lagerfeuer ja ich hätte auch was gehen mit dem verband ja hälfte hälfte ja sie hat alles gut wir müssen ja um den draus jungs geschmeckt sieben gegner noch und ich habe endlich mal kills und kennst sodann nicht die meisten ja ich komme schon der kuschel beauftet ich hatte so wichtig dass ich busch hatte weil dadurch hätte mich nicht so gleich den übelst nicht gegeben gewinnt es lieber schnell weil sonst schießt es noch eine runter fünf gegner noch ich schätze 1 gott im solo ich weiß dass du bei fünf gegnern passieren kann ich sag nur unsere du wirst du was ist gott wo wir dann zärtig geworden sind weil wir so wollen schon wollen wir haben wind und mord ich weiß zirka von wo von zirka 260 260 besten Ja, da. Passt doch nicht zu lange peter. Einer hat eine Hatschut passiert. Von mir. Einer hat eine Hatschut. Hab er nukkt. Den hab ich eine Hatschut gegeben. Den hab ich eine Hatschut gegeben. Jungs, die sind gar nicht in der Zone, oder? Egal, easy. Pass auf, die sind noch maß. Ich will einfach auf mich. Ich hab einen Hits. Ich hab einen Hits. Ich hab einen Hits. Daniel hat einen Hatschut oder so. Ich hab einen Hatschut. Hoffentlich kann ich. Ihre Hatschut. Wir sind halt ganz genau nicht bei der Zone. Zone sind das die drin. Ich hab einen Hatschut. Ich hab einen Hatschut. Ich hab einen Hatschut. Ein Hatschut. Einer Hatschut. Er ist genug. Winzer Hatschut. Jungs, das ist zu krass, ne? Wir alles zu schneiden. Mann! Das war alles, glaub ich. Nein, das hier drin, das hier drin! Ja, bei mir, bei mir! Alter! Gut, Jungs! Schmeckt Schmuck, Jungs! Jungs, passt auf, in das hier drinnen! Noch ein Gegner! Hat jemand Chili's? Minis oder so? Ah, da! Ja, das ist so klappt! Den hab ich genommen! In das hier drinnen! In das hier drinnen! In seiner Base! Ey, so unten! Irgendwer muss die drinnen! Irgendwer muss die drinnen! Nicht pushen! Oder wollen wir pushen? Okay, passt! Jetzt wird wieder drinnen! Nein, zu klappen! Hab ihn, let's go! Let's go! Let's go, Jungs! Wie viele Kills habt ihr? 5, 7, 10, 14 Kills, let's go! Ich hab die Runde schon wieder aufgenommen, Jungs! Die Runde stelle ich auf YouTube! Let's go! Du hast wieder abgestaut! Ja, ich weiß! Man kennt's! Das war's mit dem Video! Auf rein! Ciao!